Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Labit. Ich weiß nicht, wonach ihr sucht, aber ich kann euch sagen, was ihr hier finden könnt. Ihr findet auf meinem Kanal diverse Roleplays, also Rollenspiele im eigentlichen Sinne, von zum Beispiel Skyrim. Daneben findet ihr aber auch ganz normale Let's Plays zu spielen wie Dark Souls 2, Banished oder auch Elder Scrolls 4 Oblivion. Dazu sollte ich wohl noch erwähnen, dass sämtliche Spiele, sofern denn möglich, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt werden. Dabei gehe ich alles ein bisschen entspannter, ruhiger und vielleicht auch ein wenig langsamer an. Doch egal wie schwer eine Passage auch sein mag, wie unüberwindbar eine Herausforderung erscheinen will, Ausraster werdet ihr hier vergebens suchen. Doch auch wenn ich relativ ruhig den 27. Tod unserer Spielfigur hinnehme, könnt ihr euch sicher sein, dass ich im Stillen, tief in mir, am Zenit meiner Belastbarkeit angelange. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und sage Tschüss und bis dann. Ich deshalbcient w === Bei dir mal mit dem Studio Wir machen jetzt試 schauen aufока Und wir machenなんかεις